Im Wechsel mit den Hoyerswerder Ortsteilen Schwarzkollm, Bröten und Zeisig öffnen sich für Interessierte die Tore zu den Höfen. Wenn man damit also auch nur aller drei Jahre an der Reihe ist, beginnen die Vorbereitungen dafür schon viel früher. Also es ist bei uns losgegangen im September 2015 circa und das war die erste Zusammenkunft von den Höfen. Alle Beteiligten, die ihre Bereitschaft bekundet haben, hier mitzumachen, hat mich sehr motiviert, das Ganze auch wieder mitzugestalten, durchzuziehen. Höfe, die waren sofort Feuer und Flamme. Es war schon eine tolle Veranstaltung. Dabei möchte man natürlich bei den Besuchern mit einer recht großen Vielfalt punkten. Setzt man immer wieder auf was Neues, aber auch auf Bewährtes. Also es hat sich auch über die Jahre etabliert, dass die Leute ein Thema haben, was sie sicher auch über die Jahre weiter verfolgen. Weil einmal geschaffen ist sicher, worauf man aufbauen kann. Wir versuchen dann im Rahmen solcher Treffen organisationsmäßig abzustimmen, wer hat welche Dinge im Programm, wann finden die statt, dass keine Konkurrenz entsteht. Wir versuchen auch darauf einzugehen, was jetzt die Speisen angeht, dass man sowas abstimmt, dass eben keine zwei Hilfen, die nebeneinander liegen, die gleichen Speisen anbieten und sich quasi nicht die Kunden wegnehmen. Einfach, dass jeder mit einem guten Gefühl dabei sein kann und auch jeder seinen Nutzen daraus ziehen kann. Und sein Angebot haben kann. Jedes Dorf bringt bei den beliebten Hoffesten natürlich seine ganz speziellen Besonderheiten ein. Dass wir quasi die Häusereihe an der Dorfauer entlang haben, die so geschlossen ist, wo wirklich Hof an Hof ist, wo wir einfach damit punkten können. In der Besonderheit vielleicht auch gegenüber den anderen Ortszellen, unser Zeisighof, das kulturelle Zentrum von Zeisig, sage ich mal. Ja, aber ansonsten möchte ich da jetzt weniger sagen, dass es ein besonderer Vor- oder Nachteil ist. Ohne die Bereitschaft der Hofbesitzer im Dorf wäre so eine Veranstaltung gar nicht zu leisten. Dazu kommt jedoch auch das Engagement vieler anderer, denen ebenfalls der Dank gilt. Natürlich unsere Sponsoren, die uns finanziell unterstützen, die uns mit Material unterstützen. Dann die Leute, die quasi in der Organisation dabei sind. Johann Teche, der die ganze Marketingaktion geleitet hat, wo teilweise wirklich Stunden vergangen sind. Und er hat dort viel geleistet. Die Leute aus den Vereinen, die uns hier unterstützen, mit Personen, die einfach mit dazugehören zum Rahmenprogramm. Und ohne dieses Engagement kann man so eine Veranstaltung nicht stemmen. Trotz aller Mühen im Vorfeld und der inzwischen etwas eingetretenen Routine gibt es immer wieder ein Kribbeln im Bauch, das auch wieder alles funktioniert. Kurz bevor wirklich der Start zum Hofes ist, muss man auch ehrlicherweise sagen, da sind die Nerven angespannt. Wo auch mal etwas härtere Worte fallen, muss man einfach so sagen. Aber ich denke, wenn die Veranstaltung vorbei ist und ich bin bis jetzt sehr zufrieden, wie das heute gelaufen ist. Also gerade Wetter, wo man keinen Einfluss drauf hat, haben wir gute Punkte. Und ich denke, die Häufe sind dann nach einer gewissen Zeit, Erholung auch wieder dabei und auch wieder gewillt, in drei Jahren wieder anzugreifen. Und so werden nach Bröten und Schwarzkolm auch die Zeisiger wieder in drei Jahren einige ihrer Höfe öffnen und zu diesem Publikumsmagnet einladen.